Was ist das für ein Mann, der einst schon als 23-Jähriger mit dem großen Nils Bohr bei langen Spaziergängen gelehrte Gespräche führte, der als 32-Jähriger den Physik-Nobelpreis als bis dahin jüngster deutscher Wissenschaftler erhielt? Was ist das für ein Mensch, der sich in seinem Berufsleben mit Quantenphysik, Atomkernforschung, Reaktorbau und mit der Physik der Elementarteilchen beschäftigt hat und der dilettierend als ausgezeichneter Pianist gilt und auf der Orgel Bach'sche Fugen spielt? Wie mag sich diese berühmte Gelehrte im Gespräch mit einem Laienverhalten, fragten wir uns, als wir Werner Heisenberg in seinem Münchner Max-Pank-Institut für Physik und Astrophysik begegneten. Und so beginnt unser ausführliches Interview mit Prof. Dr. Werner Heisenberg mit der Frage, Wodurch wurde eigentlich Ihr Interesse an wissenschaftlicher Arbeit geweckt, Herr Prof. Heisenberg? Ja, zunächst bin ich durch einen guten Schulunterricht sehr früh draufgebracht worden, dass es Spaß machen kann, mathematische Probleme zu lösen. Also einfach die Freude an dem Zusammenspiel von Mathematik und Naturwissenschaften, die hat sich mir sehr früh so eingeprägt, dass ich eben dann für mich selbst schon als ganz junger Mensch, ich sage mal mit 13, 14 Jahren, versucht habe nun, naturwissenschaftliche Bücher zu lesen und mathematische Aufgaben zu lösen. Also ich bin relativ früh mit einer gewissen grundlegenden Technik dieser Gebiete vertraut geworden. Dann hatte ich eben das große Glück, dass damals eine Wissenschaft gewissermaßen neu anfing. Das heißt, wenn man Atomphysik treiben wollte, dann brauchte man nicht die ganze klassische Physik und das Riesenwissen, was in den vorhergehenden Jahrhunderten erarbeitet worden war, das brauchte man nicht alles zu können, sondern ich habe zweifellos in den ersten Jahren dieser Arbeit sehr dilettantisch angefangen. Also wie ich meine ersten Arbeiten über Atomphysik gemacht habe, da hätte ich jedes Examen in Physik wahrscheinlich noch, also überhaupt nicht bestanden oder jedenfalls nur mit miserablen Noten bestanden, weil ich einfach zu wenig wusste. Und erst allmählich habe ich dann die anderen Teile der Physik auch gelernt. Aber das ist immer das Glück, wenn ein Gebiet neu anfängt, wenn gewissermaßen ganz neuer Boden aufgebrochen wird, dass man dann als junger Mensch ohne den Ballast riesigen Wissens schon hereinsteigen kann. Dann hatte ich eben außerdem das Glück, zu ausgezeichneten Lehrern zu kommen, also hier in München zu Sommerfeld, dann zu Born in Göttingen, dann zu Nils Bohr. Und dadurch bin ich, ich würde sagen, einfach durch sehr viel Glück und durch den relativ jungen Stand dieser Wissenschaft sehr früh dazu gekommen, da selbst mitzuarbeiten. Darf ich dazu vielleicht noch ergänzend fragen, Herr Professor Heisenberg? War es nun, ja, war es also primär die Entdeckerfreude gepaart vielleicht mit einem Instinkt, über den Sie sich vielleicht selber nicht genau Rechenschaft ablegen konnten, zumindest aus Ihrer damaligen jugendlichen Situation, dass Sie sagten, irgendwie ist merkwürdig, mir fallen die Dinge fast zu. Ich muss zwar auch hart arbeiten, aber ich habe irgendwie ein Gespür für diese Dinge. Vielleicht darf ich eine Episode erwähnen, also die doch nicht ganz zu dem passt, wie Sie schildern, aber ein bisschen. Ich habe ja, wie gesagt, bei Sommerfeld studiert und Sommerfeld hat mich dann schon, als ich noch, ich glaube, 20 Jahre alt war, mal zu einer Vortragsreihe von Nils Bohr mitgenommen. Und Bohr trug den Göttingen, war das im Sommer 1922, über seine neue Atomtheorie vor. Und Bohr brachte dann gewisse Rechnungen aufgrund seines Atommodells und sagte am Schluss dieser Vorlesung, obwohl man ja viele Dinge noch nicht verstünde, viele Dinge noch unklar seien, so glaube er doch, dass diese Rechnungen später durch das Experiment sehr gut bestätigt sein würden. Ich habe dann in der Diskussion einen Einwand erhoben und habe gesagt, das glaube ich nicht. Und zwar, wenn man so will, kann man sagen, weil ich eben zu dilettantisch war in der Physik. Ich kannte nicht das ungeheure Gewicht, sagen wir mal, der alten Newtonischen Physik, die ja durch so viele tausende Experimente so eisern bestätigt war, dass eben ein guter Physiker alter Schule gar nicht daran zweifeln konnte, dass man damit arbeiten müsste, dass diese Physik die Grundlage war. Da ich aber eben auf dem Gebiet dilettant war, konnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch anders gehen muss und dann nun in den Burschenüberlegungen für mein Gefühl doch einige Widersprüche steckten, war ich eben naiv genug, einfach zu sagen, ich glaube das nicht, sondern das wird schon anders gehen. Und mein Einwand hat dann den Nils Bohr offenbar doch ziemlich aufgeregt. Er hat mir dann nach dem Vortrag gesagt, er hätte doch Lust, mit mir mal ein paar Stunden spazieren zu gehen und wir müssten uns unterhalten. Und aus dieser Unterhaltung ist eigentlich dann die weitere Zusammenarbeit zwischen Nils Bohr und mir erwachsen, weil Bohr nun einerseits sah, dass ich doch ganz gute Gründe für meine Skepsis hatte, weil er andererseits selbst von sich aus wohl nicht den Mut gehabt hätte, nun einfach zu sagen, gehen wir von der ganzen Newton'schen Physik weg. Das war für einen älteren Menschen, der darin aufgewachsen war, wohl einfach unmöglich, das zu tun. Also ich würde sagen, es war oft mehr naive Unverschämtheit als irgendein Gefühl für die Dinge. Aber natürlich etwas Gefühl für die Zusammenhänge war auch dabei, denn ich hatte eben den Eindruck, dass diese Dinge, die Bohr da wollte, dass die eigentlich nicht ganz mathematisch zusammenpassen konnten, dass man eine andere Art von mathematischer Grundlegung der Theorie machen müsste, wenn das überhaupt Sinn und Verstand gewinnen sollte. Und Bohr gab mir natürlich dieses Gefühl dann auch zu. Er sagte, ja, ja, das Gefühl kann man schon haben, aber wie soll man denn von der Newton'schen Physik wegkommen? Das heißt, dass der Wissenschaftler als junger Mensch, wenn er begabt ist für seinen Beruf, frei von Scheuklappen denkt, diese Scheuklappen, die für reifere Menschen oft ganz einfach in zu viel Wissen oder jedenfalls zumindest in dem sogar absolut notwendigen Wissen der betreffenden Generationen besteht. Ist das richtig gesehen? Ja, das würde ich genauso sehen. Also der ältere Mensch hat ja gewisse Dinge gelernt und daher ist sein Denken auf gewisse Geleise gelenkt. Das heißt, er kann nur in bestimmten Richtungen denken oder jedenfalls es ist für ihn eine größere Anstrengung, von diesen Denkgeleisen wegzugehen. Während der junge Mensch, der noch gar nicht ausgebildet ist, der tut das mit einem Leichtsinn, der einer besseren Sache würdig wäre, kann man sagen. Aber jedenfalls er erlaubt sich eben einfach von den traditionellen Denkgewohnheiten wegzugehen und mal zu probieren, ob es nicht auch anders geht. Herr Prof. Heisenberg, darf ich Sie an dieser Stelle fragen, in welchen Denkgewohnheiten sind Sie groß geworden? Als ich anfing, mich für Naturwissenschaft zu interessieren, da war ich fasziniert von der Möglichkeit, Naturgeschehen überhaupt mathematisch darzustellen und damit ganz rational zu durchschauen. Es hat mir zunächst einen riesen Spaß gemacht, zu sehen, dass man etwa den freien Fall von Körpern dann mit diesen Fallformeln von Galilee beschreiben kann. Und ich habe mich also einfach daran gefreut, dass einzelne Vorgänge in der Natur, besonders auch ganz bestimmte Details dieser Vorgänge, dass die dann aus den mathematischen Formeln gewissermaßen herausgeholt werden können, als eine notwendige Folge der in die mathematischen Formeln eingesetzten Voraussetzungen. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Art Freude an einem Spiel, aber immerhin an einem Spiel der Ratio mit der Natur. Man freut sich eben daran, dass man die Natur auch im Detail verstehen kann. Im Sinne eines Klärungsprozesses, ja? Ja, eines Klärungsprozesses, also einfach das Verstehen wollen, klar sehen, wie es kommt, dass das und das geschieht. Und diese Freude an der naturwissenschaftlichen Erkenntnis hat sich mir in verschiedenen Formen auch mein ganzes Leben hindurch erhalten, aber sie hat sich doch in einer Weise verändert. Also jetzt geht es mir so, dass mich die Details irgendeines naturwissenschaftlichen Geschehens dann doch nicht mehr so sehr interessieren. Ich betrachte sie gewissermaßen als eine Gewissensprüfung, das heißt, wenn ich eine Theorie glauben soll, dann muss sie eben bis ins letzte Detail stimmen. Und insofern ist auch das Detail wichtig. Was mich aber eigentlich jetzt fasziniert ist, dass die Naturwissenschaft eben dann doch auf gewisse allgemeine Fragen, ich möchte sagen philosophische Fragen, Antwort gibt. Also um ein häufig zitiertes Beispiel zu erwähnen, dass wir heute ganz bestimmte Streitfragen beantworten können, die zwischen Plato und Demokrit ausgefochten worden sind. Und diese Möglichkeit, nun Fragen so allgemeinen Charakters, das schließlich aus den Erfahrungen mit der Natur herauszulesen, die finde ich eben doch ungeheuer faszinierend und fesselnd. Und glaube auch, dass diese Möglichkeit doch auch in dem Gesamtbild unserer Zeit eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich darf hierzu ergänzend fragen, Herr Professor Heisenberg. Sie sehen es also nicht so, wie manche Kulturpessimisten befürchteten, dass durch die Überspezialisierung, die nun einmal eine Folge der ungeheuren Zunahme des Wissensstoffes ist, dass dadurch sich die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen mehr und mehr verlieren und dass nun schon innerhalb der Naturwissenschaften oft der Rechte nicht mehr ganz genau wissen, wirklich, ich möchte fast sagen, eheliche Harmonie jemals herzustellen sei zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. Ich glaube, dass es wirklich anders gegangen ist, als Sie es eben beschrieben haben. Es ist zwar einerseits richtig, dass der Einzelne immer nur sehr spezielle Dinge wirklich vollständig beherrschen kann. Andererseits hat nun gerade diese moderne Entwicklung doch immer wieder Brücken über ganz weite Gebiete geschlagen, sodass wir heute in vieler Weise eine viel einheitlichere Vorstellung von der Welt haben, als sie etwa unsere Großväter hatten. Also Beispiel, früher war eben die Physik ein eigenes Gebiet und die war wieder unterteilt in Mechanik und Elektrik und die hatten eigentlich nichts miteinander zu tun und die Chemie war weiter von weg und die Biologie noch weiter und so weiter. Heute ist Physik und Chemie eine große Einheit geworden. Es ist vollkommen undefiniert, wenn ich irgendwelche Erkenntnisse versuche zu gewinnen, ob das eigentlich physikalische oder chemische oder sonstige Erkenntnisse sind. Das heißt, die Bezeichnung ist fast uninteressant und jedenfalls sehr schwankend geworden. Wir haben eben eine einheitliche Naturwissenschaft, die jedenfalls im Augenblick schon von der Physik über die Atomphysik über die Quantentheorie in die Chemie hinein reicht und die sicher in relativ kurzer Zeit auch in die Biologie reichen wird. Also die Schranken zwischen den verschiedenen Wissenschaften sind eigentlich verschwunden. Es sind Brücken geschlagen worden. Es bleibt natürlich immer noch richtig, dass der Einzelne nicht etwa alle diese Wissenschaften beherrschen kann. Aber er kann den Überblick sehen, er kann verstehen, wie die Wissenschaften zusammenhängen und er kann insbesondere das Methodische daran wirklich in sich selbst vollziehen und nachmachen und kann in einem Spezialgebiet auch die Dinge wirklich genau kennenlernen. Und natürlich fängt die Jugend immer mit dem Spezialgebiet an und das Überblicken kommt dann erst später. Herr Professor Heisenberg, nun, was ist wohl das Problem der Gegenwart? Fragen Sie nun nach meiner speziellen Wissenschaft, also nach dem, was mich eben jetzt am meisten in meiner Wissenschaft interessiert. Aus Ihrer Perspektive dachte ich aber. Ich möchte sagen, Gegenwart im weiteren Sinne, also was würden Sie sagen, was ist also wirklich das, was auch nach Ihrer Meinung wirklich etwas Faszinierendes nicht nur für den Wissenschaftler darstellt, sondern auch eine ungeheure Auswirkung hat, vielleicht einfach in der Veränderung des Weltbildes für den Herrn Jedermann. Ja, wenn ich mich auf meinen Bereich beschränken darf, dann hat mich in den letzten zehn Jahren am meisten beschäftigt die Welt der Elementarteilchen, der hier immer weiter und weiter teilt. Und man kann ja sagen, die Atomphysik der letzten 50 Jahre ist ja immer diesen Weg gegangen. Zunächst haben die Chemiker eben gewisse chemische Gebilde als Atome bezeichnet, weil sie von Chemikern nicht weiter geteilt werden konnten. Dann hat Rösservorter Niels Bohr gezeigt, dass man die in Atomkernen und Elektronen noch teilen kann. Und dann hat man durch Otto Hahn und andere gesehen, dass man auch den Atomkern noch zerspalten kann in Elementarteilchen. Und so naiv würde man zunächst denken, ja, das kann doch immer so weitergehen. Also schließlich kann ich ja dann auch die Protonenteilchen teilen und so weiter. Und ich glaube, dass man an dieser Stelle nun wirklich etwas völlig Neues gelernt hat, nämlich, dass es mit den Elementarteilchen wirklich aufhört, und zwar in einer im ersten Augenblick recht unanschaulichen und paradoxen Weise. Man kann natürlich fragen, ja, kann ich die Elementarteilchen noch weiter zerspalten? Und man kann außerdem weiter sagen, diese großen Beschleunigungsmaschinen in Genf oder in Brookhaven oder in Russland, die sind ja gerade dazu gemacht, um das zu tun. Nämlich, man schießt solche Elementarteilchen mit riesigen Energien aufeinander und sieht zu, ob man sie dabei nicht kaputt kriegen kann, wenn man es leihenhaft ausdrückt. Und dann passiert aber eben etwas Überraschendes. Das heißt, also wenn ich ehrlich bin, es war gar nicht so überraschend, sondern die Theoretiker haben das eigentlich schon 20 Jahre vorher sich so gedacht, aber es war doch für viele überraschend. Man kriegt zwar, wenn man zwei solche Teilchen aufeinander schießt, unter Umständen sehr viele Teile, in die das auseinander geht, kann man 10 oder 20 Teile haben, aber die Teile sind gar nicht kleiner als das, was man geteilt hat. Sodass das, was man in Wirklichkeit getan hat, ist eigentlich gar nicht eine Teilung des Elementarteilchens, sondern man hat Energie in Materie verwandelt, was Einstein ja schon vor vielen Jahren vorhergesehen hatte. Man hat die enorme Bewegungsenergie der aufeinanderprallenden Elementarteilchen, die hat man umgesetzt in die Erzeugung neuer Elementarteilchen. Und man sieht also jetzt, dass zwei Dinge miteinander vereinbar sind, die ursprünglich unvereinbar scheinen. Nämlich einerseits die Tatsache, dass man immer weiter teilen kann und andererseits die Tatsache, dass es kleinste Teile gibt. Denn beim Teilen werden die Teilchen nicht mehr kleiner, sondern sie entstehen einfach mehr, weil die aus Energie erst erzeugt werden. Und damit wurden doch eigentlich auch die traditionellen Begriffe von Raum und Zeit im Jargon gesagt über den Haufen geworfen. Ich würde sagen, man hat eben etwas grundsätzlich Neues gelernt und hat nun die Aufgabe bekommen, die Naturgesetze rauszukriegen, nach denen das passiert, was ich eben so anscheulich mit ein paar Worten zu schildern gesucht habe. Also die Aufgabe, die uns Theoretikern seit etwa 10 oder 20 Jahren gestellt war, die hieß, wie lauten die Naturgesetze, nach denen diese Entstehung der Elementarteilchen erfolgt. Warum gibt es genau die Elementarteilchen, die wir beobachten und keine anderen? Warum entstehen bei einem Stoß gerade die und keine anderen? Und das eben kann man nun auf zwei Weisen wieder rauszukriegen suchen. Das eine ist, man macht eben möglichst viele Experimente und das tut man in Genf bei Zörn, das tut man in Bukheven, in Russland, in Dubno und überall. Und zweitens, man versucht nun aus den Experimenten dann die Naturgesetze zu erkennen und das ist wieder die typische Aufgabe des Theoretikers. Und ich habe ja da dann eben vor etwa acht Jahren diese Formel versucht. Die Weltformel, ja. Diesen Namen habe ich nicht erfunden, aber der kam dazu in Zeitung. Und der Sinn dieser sogenannten Weltformel ist natürlich einfach die Naturgesetze zu formulieren, die für die Entstehung der Elementarteilchen maßgebend sind. Und in den letzten zehn Jahren ist dadurch dann auf dem Gebiet auch wirklich sehr viel zum Vorschein gekommen. Man hat gesehen, dass diese Formel nun doch eine Reihe von Phänomenen wirklich richtig darstellt, die man auch beobachtet. Man hat in den letzten Jahren nochmal sehr wesentliche Fortschritte gemacht, um die Verbindung der elektromagnetischen Vorgänge zu den anderen Elementen, dass wir jetzt mit sehr gutem Zutrauen sagen können, dass diese Formel wahrscheinlich der richtige Rahmen für die Elementarteilchen Physik ist. Also die Elementarteilchen sind die Form, in die die Energie sich begeben muss, um zur Materie zu werden. Ich weiß nicht, ob diese Formulierung verständlich ist. Und wenn man das mal weiß, und das kann man sagen, ist ein absolut gesicherter Erfahrungsschatz aus diesen Experimenten mit den großen Beschleunigern. Wenn man das mal weiß, dann ist eben nun die Aufgabe zu fragen, ja, was ist die Form der Naturgesetze, nach denen das passiert? Dabei wird über den Kosmos gar nicht geredet, also über die Welt im Großen zunächst gar nicht, sondern es wird nur gefragt, was passiert im ganz Kleinen? Ich will nicht sagen unendlich Klein, weil es unendlich Klein ist es ja nicht, es ist endlich Klein. Aber was passiert in diesem endlich Klein, was passiert bei den Elementarteilchen? Und da habe ich nun einfach versucht, eben das, was man aus den Experimenten herausliest, in eine mathematische Form zu gießen. Und ich habe einstweilen das Zutrauen, dass diese mathematische Form sich auch weiterhin bewähren wird, denn sie hat sich in der Tat in der letzten Zeit, oder sagen wir mal in den zehn Jahren, seit sie formuliert worden ist, auch bewährt. Aber ganz sicher kann man das immer erst wissen, wenn man noch sehr viel mehr Erfahrung hat, wenn man noch sehr viel mehr Mathematik getrieben hat an dieser Formel und so weiter. Ja, aber der Kosmos, um doch noch einmal auf diesen Begriff zurückzukommen, ergeben sich nicht doch für den Wissenschaftler, der sich mit den kleinsten Teilchen beschäftigt, um es wieder ganz einfach auszudrücken, Schlussfolgerungen auf die maximale Größe. Ich glaube, dass die kosmologischen Probleme von einer etwas anderen Struktur sind, als die Probleme bei den Elementarteilchen. Es ist zwar wahr, dass die Kosmologie in der Elementarteilchentheorie eine Rolle spielt, aber nur als eine Art von Randbedingungen zu den Problemen, die wir zu lösen haben, aber der grundsätzliche Unterschied kommt in folgender Weise vielleicht am deutlichsten raus. In der Elementarteilchentheorie oder auch sonst in der Physik reden wir von Naturgesetzen. Und was heißt Gesetz? Gesetz heißt, dass wir sagen, immer dann, wenn dies geschieht, so geschieht auch jenes. Oder immer dann, wenn wir dies und dieses Experiment machen, dann muss das und das herauskommen. Also für den Begriff des Naturgesetzes ist das Entscheidende die Wiederholbarkeit. Ich kann eine gewisse Situation immer wieder von Neuem experimentierend herstellen und kann dann nachsehen, ob auch das rauskommt, was ich vorausgerechnet hatte. Beim Kosmos aber ist das ja nicht die Situation, denn ich kann nicht den Kosmos tausendmal oder Millionenmal herstellen, sondern den Kosmos gibt es einmal. Also ist schon der Begriff des Gesetzes beim Kosmos äußerst problematisch. Was soll es heißen, dass es für den Kosmos ein Naturgesetz gibt, wenn ich dieses Naturgesetz nur an einem einzigen Exemplar, nämlich dem Kosmos, prüfen kann, den es gibt. Also ich wollte damit nur sagen, dass einfach schon erkenntnistheoretisch und methodisch die Frage der Kosmologie in einer anderen Schicht liegt, als die Frage der Naturgesetze, der gewöhnlichen Physik. Also Kosmologie ist dann eigentlich doch eine spekulative Wissenschaft. Nein, das braucht nicht so zu sein. Also da bin ich durchaus auf der Seite auch der Kollegen, die Kosmologie treiben. Das kann auch eine empirische Wissenschaft sein. Also zum Beispiel kann man ja die Frage, ob der Kosmos endlich oder unendlich ist, die kann man schon experimentell angreifen. Ich glaube nicht, dass man sie jetzt schon mit Ja oder Nein beantworten kann, aber man kann eben zum Beispiel verfolgen, wie, in welchem Licht die sehr entfernten Spiralnebel leuchten, also ob die sogenannte Rotverschiebung der Spiralnebel, ob die mit dem Abstand genau so vor sich geht oder ob da eine etwas andere Formel richtig ist und je nachdem, welche Formel gilt, muss man dann andere Schlüsse auf die Endlichkeit und die Unendlichkeit des Kosmos ziehen. Ich würde schon glauben, dass auch kosmologische Fragen der empirischen Untersuchung zugänglich sind. Aber wenn man die Kosmologie aus Gesetzen herleiten will, dann entstehen die Probleme, von denen ich vorhin sprach, dass es den Kosmos eben nur einmal gibt. Dass es also für mich eben eher näher liegt zu sagen, der Kosmos, das ist sozusagen eine Lösung der Naturgesetze, also wenn ich jetzt die Weltformel mal als Inbegriff der Naturgesetze nehme, würde ich sagen, diese Weltformel lässt sich ausfüllen durch Lösungen mit verschiedenen Bedingungen im Unendlichen und die Lösung, die ich auswähle, das ist eben nun gerade der Kosmos, den es wirklich gibt. Natürlich muss dieser Kosmos mit der Weltformel zusammenpassen, es darf da keine Widersprüche geben. Aber ich kann eigentlich nicht verlangen, dass die Gestalt des Kosmos aus der Weltformel folgt oder so, denn ich meine, warum ist der Kosmos gerade so, wie er jetzt ist und nicht ein anderer? Das kann man so nicht beantworten, sondern man kann nur sagen, der ist halt einmal, ich kann nicht dasselbe Experiment wieder machen. Also es ist einfach methodisch eine völlig andere Situation, weil ich nicht experimentieren kann am Kosmos. Herr Professor Heisenberg, lässt sich Ihre Problemwelt etwa der Jahre 39, 40, 41 für den Laien irgendwie darstellen, ich meine jetzt die wissenschaftlichen Probleme, haben Sie als Wissenschaftler damals schon dieses Gefühl gehabt, dass die Entwicklung der Kernphysik eines Tages dazu führen würde, dass man Atombomben und Wasserstoffbomben herstellen können werde und dass damit fürchterliche Massenvernichtungswaffen herstellbar seien und dass damit also sehr eigentümliche Verhältnisse, die vielleicht der Kontrolle des Menschen entgleiten würden, geschaffen worden wären und dass man irgendwo also ein bisschen von der Grundlagenwissenschaft her daran mitarbeitet und sich sagte, ja, wohin geht also die Reise in dieser Beziehung. Wie sah das nun aus der Perspektive des Physikers aus? Ja, vielleicht soll ich da zunächst über ein Gespräch erzählen, was ich etwa im Jahr 1935 oder Frühjahr 36 hatte. Das fand statt in Kopenhagen in dem Park von dem Burschenhaus und da sprachen Nils Bohr mit Lord Rösservort, der gerade dort zu Besuch war, also der englische Vater der Atomphysik, wie wir ihn gern genannt haben. Und da habe ich in dem Gespräch mal dem Rösservort die Frage gestellt, etwa so, Sie sind doch Experimentalphysiker, sehen Sie irgendeine Möglichkeit, dass diese Atomphysik mal zu technischen Anwendungen führt? Und da lachte er und sagt, jeder, der von technischen Anwendungen der Atomphysik faselt, der redet eben Blödsinn. Und das war die allgemeine Meinung damals und die war sehr wohl begründet, denn man sah keinen Prozess, durch den man die Atomenergie irgendwie aus dem Atomkern rauskriegen könnte. Und diese Lage hat sich schlagartig geändert, erst im Jahr 1938 durch die Hahn'sche Entdeckung. Otto Hahn war damals noch in Göttingen, nicht? Nein, in Berlin. Ach, er war in Berlin, ja. Otto Hahn war in Berlin und mein früherer Mitarbeiter und Schüler Weizsäcker war damals zu Otto Hahn nach Berlin gegangen und war Assistent in Berlin geworden, am Hahn'schen Institut, besuchte uns aber natürlich in Leipzig noch oft, um uns einfach zu erzählen, was da in Berlin gemacht wurde. Und ich weiß, dass er dann eines Tages nach Leipzig kam und uns im Seminar davon erzählte, also Hahn hätte wahrscheinlich jetzt so etwas gefunden, was aussähe, als ob der Atomkern gespalten werden könnte. Und das hat uns dann ungeheuer aufgeregt und wir haben natürlich im Laufe von wenigen Stunden uns dann gleich ausgemalt, was die Möglichkeiten, die Folgen, die Voraussetzungen sind. Und von dem Moment ab hat jeder gesehen, jetzt wird es sozusagen gefährlich. Also jetzt ist es doch denkbar, dass man die Atomenergie frei macht und vielleicht eben sogar explosiv frei macht durch Kettenreaktionen. Und die wirkliche Situation war die, dass zunächst die Machthaber Deutschlands überhaupt nicht das leiseste Zutrauen zu irgendwelchen Entwicklungen der Physik oder dergleichen hatten, sondern die Wissenschaft bedeutte für die Menschen ja überhaupt nichts. Und es ist ganz charakteristisch, dass die harnsche Entdeckung von der Uranspaltung damals in Amerika in ungeheuren Schlagzeilen durch sämtliche Zeitungen ging und die ganze Öffentlichkeit aufs Äußerste erregte, während in Deutschland entweder gar nichts erschien oder auf der vierten Seite im Kleinstdruck. Also in Deutschland hat niemand davon irgendwie Notiz genommen. Daher war nun die Frage für uns ganz anders gestellt. Es hatte in der Tat Flügge im August 1939 die Möglichkeit der Kettenreaktion ganz öffentlich in einer wissenschaftlichen Zeitschrift diskutiert und das hat dann auch zur Folge gehabt, dass dann am Anfang des Krieges ein Ausschuss eingesetzt wurde, zu dem Atomphysiker berufen wurden, die nun die Möglichkeiten erkunden sollten. Und wir haben dann Experimente gemacht in den Jahren von 1939 bis 1941, um zu sehen, was möglich ist. Ob man Reaktoren bauen kann, ob man Sprengstoff machen kann, ob man Atombomben machen kann und so weiter. Aber unsere Lage war, ich möchte sagen, eben außerordentlich viel glücklicher als die der amerikanischen Kollegen insofern, als sich ja dann rausstellte, dass es doch sehr schwierig ist, Atombomben zu machen. Also wenn es leicht gewesen wäre, dann hätte es kein Mensch verhindern können, dann wäre es eben schnell gemacht worden von irgendjemandem. Wenn es ganz unmöglich gewesen wäre, wäre das Problem gar nicht entstanden. Aber nun faktisch war es möglich, aber außerordentlich schwierig. Und die ganzen Grundlagen dieser Physik, also was möglich ist, was nicht möglich ist, das war auf amerikanischer und auf deutscher Seite ziemlich gleich. Im Sommer 1942 wusste man im Wesentlichen die Physik und die Grundlagen einer Atomtechnik. Also man wusste, dass man Reaktoren bauen kann, man wusste, dass man Plutonium, also einen Sprengstoff, machen kann und so weiter. Aber um nun etwa wirklich Atombomben zu machen, da war nun eine technische Arbeit von Jahren notwendig. Und wir konnten nun mit gutem Gewissen unserer Regierung sagen, ja, also das ist eben so schwierig. Und die Regierung sagte ja, alle Sachen, die nicht in einem halben Jahr einsatzbereit sind, dürfen gar nicht mehr gemacht werden, denn der Krieg muss ja jetzt ganz schnell zum Ende geführt werden. Also wir konnten mit gutem Gewissen die Wahrheit sagen und wussten, dass wir dann nicht aufgefordert wurden, Atombomben zu machen. Und wir sind nicht aufgefordert worden, welche zu machen. Während auf der amerikanischen Seite das naturgemäß ganz anders aussah, das Industriepotenzial war unvergleichlich viel größer als das Deutschlands, die Amerikaner hatten Zeit und konnten ruhig drei, vier Jahre oder länger an so etwas arbeiten. Also für die amerikanischen Physiker wäre es nicht leicht gewesen zu sagen, das geht gar nicht in der Zeit, in der ihr das haben wollt, sondern sie waren natürlich einfach in der Lage, dass sie dichter dran waren an dem Problem. Also ich darf wiederholen, etwa ab 1942 hätten sie selber die Herstellung einer Bombe dieser Art für möglich gehalten, rein von der Technik her, aber nicht in Deutschland und nicht mit den verfügbaren Mitteln, die hier etwa die dafür in Frage kommende Industrie bot. Und insbesondere nicht in der kurzen Zeit, die von der Regierung als unabdingbar gefordert wurde und gefordert werden musste, wegen der Kriegslage. Trifft es zu, Herr Professor Heisenberg, dass Sie selber dann überrascht waren und bestürzt waren, als Sie dann hörten, dass überhaupt Atombomben zum Einsatz gekommen waren? Denn Sie waren doch, wenn ich recht mich erinnere, interniert worden, Kriegsende 1945 und kamen nach England und ich glaube, erst in England haben Sie als internierter Wissenschaftler erfahren, dass über Hiroshima und Nagasaki diese beiden amerikanischen Atombomben gefallen sind. Ja, also am Ende des Krieges haben die Amerikaner ja direkt eine kleine Truppe ausgesandt, die nur die Aufgabe hatte, eben diese paar Atomphysiker in Deutschland einzufangen. Und daraus sahen wir nun, dass diesem Gebiet eine gewisse Wichtigkeit beigemessen wurde. Und wir haben natürlich unsere amerikanischen Kollegen, die uns nun so quasi verhörten, aber das war ein sehr freundliches Verhör, die haben wir natürlich nun umgekehrt wieder gefragt, ja, habt ihr denn auf dem Gebiet etwas gemacht? Und wenn ja, dann würden wir uns ja gut vorstellen können, dass ihr sehr viel schneller und sehr viel mehr machen konntet als wir, denn ihr hattet ja nun ein unendlich viel größeres Industriepotenzial. Und damals bekamen wir immer die Antwort, nein, in Amerika ist auf dem Gebiet nicht gearbeitet worden. Diese Antwort war durchaus begreiflich, denn im Kriege müssen Dinge geheim gehalten werden. Also ich nehme keinem Übel, dass er in so einem Fall nicht die Wahrheit sagte. Das kann man nicht im Kriege. Aber durch diese Gespräche mit den amerikanischen Kollegen hatten wir also dann auch die Vorstellung, naja, die Amerikaner haben auch gesehen, dass der technische Aufwand für das Atombombenherstellen so ungeheuer groß ist, dass das in einem Kriege keinen rechten Sinn hat, wo man ja so viele andere technische Dinge machen muss, wie eben viele Flugzeuge bauen und so weiter. Also wir konnten uns durchaus vorstellen, dass auch die Amerikaner einfach diese Dinge nicht gemacht haben, weil sie sagten, wir haben dringendere Aufgaben zu tun, als eine waffentechnische Entwicklung zu machen, die wahrscheinlich in dem Krieg gar nicht mehr zum Tragen kommt. Und die ja auch faktisch in dem Krieg Amerikas gegen Deutschland nicht zum Tragen gekommen ist. Also das darf man nicht vergessen. Auch die Amerikaner haben ja eine Atombombe gegen Hitler nicht mehr machen können. Also drum haben wir eigentlich dann uns bei dem Gedanken beruhigt, dass wahrscheinlich auch die Amerikaner das nicht gemacht haben und waren daher dann doch sehr überrascht, wie plötzlich im Radio die Nachricht durchkam, dass eine solche Atombombe geworfen worden war. Und drum habe ich am Anfang das auch gar nicht geglaubt, weil es in Widerspruch stand zu dem, was mir die Kollegen gesagt hatten. Und erst wie ich dann im Radio hörte, dass ein ungeheurer technischer Aufwand getrieben worden war, dass Hunderttausende von Leuten eingesetzt waren, dass Fabrikstädte gebaut wurden von Quadratkilometern, mehreren Quadratkilometern, dann haben wir gesagt, naja, wenn der Aufwand getrieben wird, dann wird es schon gegangen sein. Herr Professor Heisenberg, sehen Sie Probleme der Zukunft, die nach Ihrer Meinung brennend sind, die aber nicht einmal ihren engeren persönlichen, wissenschaftlichen Bereich betreffen, sondern einfach eine bestimmte Tendenz der Naturwissenschaft? Ja, ich würde sagen, dass ja jeder Mensch mit seinem Leben in einem bestimmten historischen Prozess eingespannt oder eingebettet ist und dass er durch diesen historischen Prozess nun Aufgaben mitbekommt. Also etwa, wer im 16. Jahrhundert geboren wurde, der konnte vielleicht teilnehmen an der Entwicklung der Malerei oder wer im 18. Jahrhundert geboren wurde, konnte die Entwicklung der Musik, der klassischen Musik, an der mitwirken. Also es sind jeden Zeitalter gewisse Aufgaben gestellt. Ich würde denken, dass in unserer Zeit war zum Beispiel die Aufgabe, die Atomphysik zu verstehen, die kleinsten Teile zu verstehen, eine wichtige Aufgabe. Ich könnte bedenken, dass in der Wissenschaft für die nächste Generation vielleicht interessanteste und zentralste Aufgabe das Verständnis der biologischen Zusammenhänge ist, also die Molekularbiologie, die ist jetzt in einem Zustand, wo ungeheuer viel Neues anschießt und sich entwickelt. Und dann ist unserer Welt natürlich eine politische Aufgabe gestellt. In früheren Zeiten gab es abgeschlossene Kulturkreise, die relativ wenig miteinander in Wechselwirkung standen und es handelte sich um die Ordnung in diesen Kulturkreisen. Dagegen in unserer Zeit ist ganz offensichtlich durch die Entwicklung von Naturwissenschaft und Technik das Zusammenfließen der verschiedenen Kulturkreise schon so weit fortgeschritten, dass es sich eben darum handelt, nun so etwas wie eine einheitliche Ordnung, soziale und eben gesellschaftliche, politische Ordnung auf der ganzen Erde herzustellen. Eigentlich eine Art politische Weltformel, ja. Naja, ich meine, es ist ja klar, dass es da keine Patentlösung gibt, aber das ist eine Aufgabe, die sich gerade der jungen Generation jetzt in einem viel höheren Maße stellt, als sie etwa für uns gestellt wurde, wie wir jung waren. Und man sieht ja auch, dass die Jugend diese Aufgabe mit großem Melon anpackt. Die Jugend reist sehr gerne in andere Länder und tritt sehr unmittelbar und ohne Vorbehalte mit der Jugend anderer Länder in Verbindung. Also offenbar sind die Menschen jetzt schon dabei, diese Aufgabe der Ordnung auf unserem Erdball im Großen, diese Aufgabe zu lösen oder jedenfalls in Angriff zu nehmen. Und man muss natürlich hoffen, dass das ohne Katastrophen passieren kann. Aber so sind unserer Zeit eben diese politischen Probleme gestellt. Und wie ich schon sagte, jederzeit sind andere Probleme gestellt, jeder anderen Zeit wieder andere. Und dann muss man sehen, wie sich es weiterentwickelt. Augenblicklich habe ich den Eindruck, dass auf dem Gebiet der Naturwissenschaft eben die Biologie im Zentrum des Geschehens steht und auf dem Gebiet der Politik eben diese Frage der sozialen Ordnung über den ganzen Welt, ihr Erdball hinweg. Und man muss offenbar jetzt darüber nachdenken, wie die Erde im Ganzen aussehen könnte, wenn es nicht mehr die Grenzen zwischen Nationen oder zwischen Religion und so etwas gibt, sondern wenn alle Menschen sozusagen in derselben Sprache, ich meine nicht in der üblichen Sprache, sondern derselben Art, mit denselben Wertbegriffen über das Zusammenleben nachdenken. Und man kann ja gar nicht daran zweifeln, dass in den letzten 20 Jahren seit dem großen Krieg, dass seitdem die Menschen schon sehr viel in ihren Wertbegriffen gelernt haben. Sie haben schon sehr stark umgedacht. Sie haben schon gemerkt, dass es keinen Sinn mehr hat, etwa nur das nationale Interesse mit äußerster Gewalt voranzutreiben, ohne an die Interessen des Nachbarn zu denken, der ja ähnliche Interessen haben muss, sondern man sieht ein, dass der Ausgleich der Interessen unter den Menschen, dass der am besten dadurch eben sich vollzieht, dass man sich gemeinsame Ziele setzt, dass man sagt, ja wir wollen doch eigentlich das und das erreichen und zwar offenbar gemeinsam erreichen, weil wir es ja gemeinsam viel leichter erreichen können als im Kampf gegeneinander. Aber diese Veränderung der Werte, also insbesondere der sozialen Werte oder der gesellschaftlichen Vorstellungen, an der kann ja jeder mitarbeiten und man kann beinahe sagen, der arbeitet ja schon unbewusst fast jeder mit, der überhaupt über solche Dinge spricht und an dem Prozess lohnt es sich sehr teilzunehmen. Sie jedenfalls, Herr Professor Heisenberg, haben als Naturwissenschaftler keine Sorge vor den Geistern, die gerufen wurden, die entfesselt wurden. Sie sind, wenn ich es mit dem banalen Wort, aber dem doch sehr verständlichen und einprägsamen Wort umschreiben darf, ein fortschrittsgläubiger Mensch. Also in dem Sinn fortschrittsgläubig, dass ich glaube, dass erstens die Welt sich immer wieder ändert und zweitens, dass es besser ist, zu dieser Änderung Ja zu sagen als Nein zu sagen. Dass es also besser ist, zu sagen, wollen wir ruhig aus dieser Änderung nun das Beste machen, was zu machen ist. Ich habe schon auch Angst davor, dass der zu schnelle Fortschritt der Wissenschaft eben zusammentrifft mit sehr altertümlichen Denkverfahren in breiten Volksmassen, sodass es da große Schwierigkeiten gibt. Aber ich sehe nicht ein, dass das nun notwendig zu Katastrophen führen muss. Und ich sehe die Schwierigkeiten auch gar nicht etwa nur bei der Atombombe oder bei solchen Sachen, aber etwa, wenn es nun jedem möglich sein sollte, mit relativ billigen Mitteln etwa Rauschgift herzustellen, dann ist wieder ein entsetzliches Problem für die Menschen gestellt, nämlich, wie schütze ich mich gegen eine solche Unvernunft, die zunächst scheinbar verlockend ist, wie ja überhaupt viele Unvernunft immer am Anfang verlockend ist und nachher nicht mehr. Aber immer dann, wenn Gefahr entsteht, also Hölderlin sagt, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch, also dann wird man ja auch gewarnt und versucht dann Abwehrmaßnahmen zu ergreifen und man muss halt immer hoffen, dass dann die Abwehrmaßnahmen doch erfolgreicher sind als die Gefahr. Und daran muss man mittun. Und die Änderungen kann man doch nicht verhindern. Also es ist besser, zu ihnen Ja zu sagen und eben daran zu arbeiten, dass sie in der richtigen Richtung gehen. Was ist das für ein Mann, der einst schon als 23-Jähriger mit dem großen Nils Bohr bei langen Spaziergängen gelehrte Gespräche führte, der als 32-Jähriger den Physik-Nobelpreis als bis dahin jüngster deutscher Wissenschaftler erhielt? Was ist das für ein Mensch, der sich in seinem Berufsleben mit Quantenphysik, Atomkernforschung, Reaktorbau und mit der Physik der Elemente, Elementarteilchen beschäftigt hat und der dilettierend als ausgezeichneter Pianist gilt und auf der Orgel Bachsche Fugen spielt? Wie mag sich diese berühmte Gelehrte im Gespräch mit einem Laien verhalten, fragten wir uns, als wir Werner Heisenberg in seinem Münchner Max-Pank-Institut für Physik und Astrophysik begegneten. Und so beginnt unser ausführliches Interview mit Prof. Dr. Werner Heisenberg mit der Frage, wodurch wurde eigentlich Ihr Interesse an wissenschaftlicher Arbeit geweckt, Herr Prof. Heisenberg? Ja, zunächst bin ich durch einen guten Schulunterricht sehr früh draufgebracht worden, dass es Spaß machen kann, mathematische Probleme zu lösen. Also einfach die Freude an dem Zusammenspiel von Mathematik und Naturwissenschaft, die hat sich mir sehr früh so eingeprägt, dass ich eben dann für mich selbst schon als ganz junger Mensch, sagen wir mal mit 13, 14 Jahren versucht habe, nun naturwissenschaftliche Bücher zu lesen und mathematische Aufgaben zu lösen. Also ich bin relativ früh mit einer gewissen grundlegenden Technik dieser Gebiete vertraut geworden. Dann hatte ich eben das große Glück, dass damals eine Wissenschaft gewissermaßen neu anfing. Das heißt, wenn man Atomphysik treiben wollte, dann brauchte man nicht die ganze klassische Physik und das Riesenwissen, was in vorhergehenden Jahrhunderten erarbeitet worden war, das brauchte man nicht alles zu können, sondern ich habe zweifellos in den ersten Jahren dieser Arbeit sehr dilettantisch angefangen. Also wie ich meine ersten Arbeiten über Atomphysik gemacht habe, da hätte ich jedes Examen in Physik wahrscheinlich noch überhaupt nicht bestanden oder jedenfalls nur mit miserablen Noten bestanden, weil ich einfach zu wenig wusste. Und erst allmählich habe ich dann die anderen Teile der Physik auch gelernt. Aber das ist immer das Glück, wenn ein Gebiet neu anfängt, wenn gewissermaßen ganz neuer Boden aufgebrochen wird, dass man dann als junger Mensch ohne den Ballast riesigen Wissens schon hereinsteigen kann. Dann hatte ich ihm außerdem das Glück, zu ausgezeichneten Lehrern zu kommen, also hier in München zu Sommerfeld, dann zu Born in Göttingen, dann zu Nils Bohr. Und dadurch bin ich, ich würde sagen, einfach durch sehr viel Glück und durch den relativ jungen Stand dieser Wissenschaft sehr früh dazu gekommen, da selbst mitzuarbeiten. Darf ich dazu vielleicht noch ergänzend fragen, Herr Professor Heisenberg? War es also primär die Entdeckerfreude gepaart vielleicht mit einem Instinkt, über den Sie sich vielleicht selber nicht genau Rechenschaft ablegen konnten, zumindest aus Ihrer damaligen jugendlichen Situation, dass Sie sagten, irgendwie ist es merkwürdig, mir fallen die Dinge fast zu. Ich muss zwar auch hart arbeiten, aber ich habe irgendwie ein Gespür für diese Dinge. Vielleicht darf ich eine Episode erwähnen, also die doch nicht ganz zu dem passt, wie Sie schildern, aber ein bisschen. Ich habe ja, wie gesagt, bei Sommerfeld studiert und Sommerfeld hat mich dann schon, als ich noch, ich glaube, 20 Jahre alt war, mal zu einer Vortragsreihe von Nils Bohr mitgenommen. Und Bohr trug, in Göttingen war das im Sommer 1922, über seine neue Atomtheorie vor. Und Bohr brachte dann gewisse Rechnungen aufgrund seines Atommodells und sagte am Schluss dieser Vorlesung, obwohl man ja viele Dinge noch nicht verstünde, viele Dinge noch unklar seien, so glaube er doch, dass diese Rechnungen später durch das Experiment sehr gut bestätigt sein würden. Ich habe dann in der Diskussion einen Einwand erhoben und habe gesagt, das glaube ich nicht. Und zwar, wenn man so will, kann man sagen, weil ich eben zu dilettantisch war in der Physik. Ich kannte nicht das ungeheure Gewicht, sagen wir mal, der alten Newtonischen Physik, die ja durch so viele tausende Experimente so eisern bestätigt war, dass eben ein guter Physiker alter Schule gar nicht daran zweifeln konnte, dass man damit arbeiten müsste, dass diese Physik die Grundlage war. Da ich aber eben auf dem Gebiet dilettant war, konnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch anders gehen muss. Und da nun in den Burschenüberlegungen für mein Gefühl doch einige Widersprüche steckten, war ich eben naiv genug, einfach zu sagen, ich glaube das nicht, sondern das wird schon anders gehen. Und mein Einwand hat dann den Nils Bohr offenbar doch ziemlich aufgeregt. Er hat mir dann nach dem Vortrag gesagt, er hätte doch Lust, mit mir mal ein paar Stunden spazieren zu gehen und wir müssten uns unterhalten. Und aus dieser Unterhaltung ist eigentlich dann die weitere Zusammenarbeit zwischen Nils Bohr und mir erwachsen, weil Bohr nun einerseits sah, dass ich doch ganz gute Gründe für meine Skepsis hatte, weil er andererseits selbst von sich aus wohl nicht den Mut gehabt hätte, nun einfach zu sagen, gehen wir von der ganzen Newtonischen Physik weg. Das war für einen älteren Menschen, der darin aufgewachsen war, wohl einfach unmöglich, das zu tun. Also ich würde sagen, es war oft mehr naive Unverschämtheit als irgendein Gefühl für die Dinge. Aber natürlich etwas Gefühl für die Zusammenhänge war auch dabei, denn ich hatte eben den Eindruck, dass diese Dinge, die Bohr da wollte, dass die eigentlich nicht ganz mathematisch zusammenpassen konnten, dass man eine andere Art von mathematischer Grundlegung der Theorie machen müsste, wenn das überhaupt Sinn und Verstand gewinnen sollte. und Bohr gab mir natürlich dieses Gefühl dann auch zu. Er sagte, ja, ja, das Gefühl kann man schon haben, aber wie soll man denn von der Newtonischen Physik wegkommen? Das heißt, dass der Wissenschaftler als junger Mensch, wenn er begabt ist für seinen Beruf, frei von Scheuklappen denkt, diese Scheuklappen, die für reifere Menschen oft ganz einfach in zu viel Wissen oder jedenfalls zumindest in dem sogar absolut notwendigen Wissen der betreffenden Generationen besteht. Ist das richtig zu sehen? Das würde ich genauso sehen. Also der ältere Mensch hat ja gewisse Dinge gelernt und daher ist sein Denken auf gewisse Geleise gelenkt. Das heißt, er kann nur in bestimmten Richtungen denken oder jedenfalls es ist für ihn eine größere Anstrengung, von diesen Denkgeleisen wegzugehen. Während der junge Mensch, der noch gar nicht ausgebildet ist, der tut das mit einem Leichtsinn, der einer besseren Sache würdig wäre, kann man sagen. Aber jedenfalls er erlaubt sich eben einfach von den traditionellen Denkgewohnheiten wegzugehen und mal zu probieren, ob es nicht auch anders geht. Herr Professor Heisenberg, darf ich Sie an dieser Stelle fragen, in welchen Denkgewohnheiten sind Sie groß geworden? Als ich anfing, mich für Naturwissenschaft zu interessieren, da war ich fasziniert von der Möglichkeit, Naturgeschehen überhaupt mathematisch darzustellen und damit ganz rational zu durchschauen. Es hat mir zunächst einen Riesenspaß gemacht zu sehen, dass man etwa den freien Fall von Körpern dann mit diesen Fallformeln von Galilee beschreiben kann. Und ich habe mich jetzt einfach daran gefreut, dass einzelne Vorgänge in der Natur, besonders auch ganz bestimmte Details dieser Vorgänge, dass die dann aus den mathematischen Formeln gewissermaßen herausgeholt werden können, als eine notwendige Folge der in die mathematischen Formeln eingesetzten Voraussetzungen. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Art Freude an einem Spiel, aber immerhin an einem Spiel der Ratio mit der Natur. Man freut sich eben daran, dass man die Natur auch im Detail verstehen kann. Im Sinne eines Klärungsprozesses, ja? Ja, eines Klärungsprozesses, also einfach das Verstehen wollen, klar sehen, wie es kommt, dass das und das geschieht. Und diese Freude an der naturwissenschaftlichen Erkenntnis hat sich mir in verschiedenen Formen auch mein ganzes Leben hindurch erhalten, aber sie hat sich doch in einer Weise verändert. Also jetzt geht es mir so, dass mich die Details irgendeines naturwissenschaftlichen Geschehens dann doch nicht mehr so sehr interessieren. Ich betrachte sie gewissermaßen als eine Gewissensprüfung, das heißt, wenn ich eine Theorie glauben soll, dann muss sie eben bis ins letzte Detail stimmen. Und insofern ist auch das Detail wichtig. Was mich aber eigentlich jetzt fasziniert ist, dass die Naturwissenschaft eben dann doch auf gewisse allgemeine Fragen, ich möchte sagen philosophische Fragen, Antwort gibt. Also um ein häufig zitiertes Beispiel zu erwähnen, dass wir heute ganz bestimmte Streitfragen beantworten können, die zwischen Plato und Demokrit ausgefochten worden sind. Und diese Möglichkeit nun Fragen, so allgemeinen Charakters schließlich aus den Erfahrungen mit der Natur herauszulesen, die finde ich eben doch ungeheuer faszinierend und fesselnd und glaube auch, dass diese Möglichkeit doch auch in dem Gesamtbild unserer Zeit eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich darf hierzu ergänzend fragen, Herr Professor Heisenberg. Sie sehen es also nicht so, wie manche Kulturpessimisten befürchteten, dass durch die Überspezialisierung, die nun einmal eine Folge der ungeheuren Zunahme des Wissensstoffes ist, dass dadurch sich die verschiedenen Chemikern nicht weiter geteilt werden konnten. Dann hat Rösservorte und Niels Bohr gezeigt, dass man die in Atomkernen und Elektronen noch teilen kann. Und dann hat man durch Otto Hahn und andere gesehen, dass man auch den Atomkern noch zerspalten kann in Elementarteilchen. Und so naiv würde man zunächst denken, ja, das kann doch immer so weitergehen. Also schließlich kann ich ja dann auch die Protonenteilchen teilen und so weiter. Und ich glaube, dass man an dieser Stelle nun wirklich etwas völlig Neues gelernt hat, nämlich, dass es mit den Elementarteilchen wirklich aufhört, und zwar in einer im ersten Augenblick recht unanschaulichen und paradoxen Weise. Man kann natürlich fragen, ja, kann ich die Elementarteilchen noch weiter zerspalten? Und man kann außerdem weiter sagen, diese großen Beschleunigungsmaschinen in Genf oder in Brookhaven oder in Russland die sind ja gerade dazu gemacht, um das zu tun. Nämlich man schießt solche Elementarteilchen mit riesigen Energien aufeinander und sieht zu, ob man sie dabei nicht kaputt kriegen kann, wenn man es alleinhaft ausdrückt. Und dann passiert aber eben etwas Überraschendes. Das heißt, also wenn ich ehrlich bin, es war gar nicht so überraschend, sondern die Theoretiker haben das eigentlich schon 20 Jahre vorher sich so gedacht. Aber es war doch für viele überraschend. Man kriegt zwar, wenn man zwei solche Teilchen aufeinanderschießt, unter Umständen sehr viele Teile, in die das auseinander geht. Da kann man 10 oder 20 Teile haben. Aber die Teile sind gar nicht kleiner als das, was man geteilt hat. Sodass das, was man in Wirklichkeit getan hat, ist eigentlich gar nicht eine Teilung des Elementarteilchens, sondern man hat Energie in Materie verwandelt, was Einstein ja schon vor vielen Jahren vorhergesehen hatte. Man hat die enorme Bewegungsenergie der aufeinanderprallenden Elementarteilchen. Die hat man umgesetzt in die Erzeugung neuer Elementarteilchen. Und man sieht also jetzt, dass zwei Dinge miteinander vereinbar sind, die ursprünglich unvereinbar scheinen. Nämlich einerseits die Tatsache, dass man immer weiter teilen kann und andererseits die Tatsache, dass es kleinste Teile gibt. Denn beim Teilen werden die Teilchen nicht mehr kleiner, sondern es entstehen einfach mehr, weil die aus Energie erst erzeugt werden. Und damit wurden doch eigentlich auch die traditionellen Begriffe von Raum und Zeit, im Jargon gesagt, über den Haufen geworfen. Ich würde sagen, man hat eben etwas grundsätzlich Neues gelernt und hat nun die Aufgabe bekommen, die Naturgesetze rauszukriegen, nach denen das passiert, was ich eben so anschaulich mit ein paar Worten zu schildern gesucht habe. Also die Aufgabe, die uns Theoretikern seit etwa 10 oder 20 Jahren gestellt war, die hieß, wie lauten die Naturgesetze, nach denen diese Entstehung der Elementarteilchen erfolgt. Warum gibt es genau die Elementarteilchen, die wir beobachten, und keine anderen? Warum entstehen bei einem Stoß gerade die und keine anderen? Und das eben kann man nun auf zwei Weisen wieder rauszukriegen suchen. Das eine ist, man macht eben möglichst viele Experimente, und das tut man in den wissenschaftlichen Disziplinen mehr und mehr verlieren, und das nun schon innerhalb der Naturwissenschaften oft der Rechte nicht mehr ganz genau wissen. Wirklich, ich möchte fast sagen, eheliche Harmonie jemals herzustellen sei zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. Ich glaube, dass es wirklich anders gegangen ist, als Sie es eben beschrieben haben. Es ist zwar einerseits richtig, dass der Einzelne immer nur sehr spezielle Dinge wirklich vollständig beherrschen kann. Andererseits hat nun gerade diese moderne Entwicklung doch immer wieder Brücken über ganz weite Gebiete geschlagen, sodass wir heute in vieler Weise eine viel einheitlichere Vorstellung von der Welt haben, als sie etwa unsere Großväter hatten. Also Beispiel, früher war eben die Physik ein eigenes Gebiet, und die war wieder unterteilt in Mechanik und Elektrik, und die hatten eigentlich nichts miteinander zu tun, und die Chemie war weiter von weg, und die Biologie noch weiter, und so weiter. Heute ist Physik und Chemie eine große Einheit geworden. Es ist vollkommen undefiniert, wenn ich irgendwelche Erkenntnisse versuche zu gewinnen, ob das eigentlich physikalische oder chemische oder sonstige Erkenntnisse sind. Das heißt, die Bezeichnung ist fast uninteressant und jedenfalls sehr schwankend geworden. Wir haben eben eine einheitliche Naturwissenschaft, die jedenfalls im Augenblick schon von der Physik über die Atomphysik über die Quantentheorie in die Chemie hinein reicht, und die sicher in relativ kurzer Zeit auch in die Biologie reichen wird. Also die Schranken zwischen den verschiedenen Wissenschaften sind eigentlich verschwunden, es sind Brücken geschlagen worden. Es bleibt natürlich immer noch richtig, dass der Einzelne nicht etwa alle diese Wissenschaften beherrschen kann, aber er kann den Überblick sehen, er kann verstehen, wie die Wissenschaften zusammenhängen, und er kann insbesondere das Methodische daran wirklich in sich selbst vollziehen und nachmachen, und kann in einem Spezialgebiet auch die Dinge wirklich genau kennenlernen. Und natürlich fängt die Jugend immer mit dem Spezialgebiet an, und das Überblicken kommt dann erst später. Herr Professor Heisenberg, nun, was ist wohl das Problem der Gegenwart? Fragen Sie nun nach meiner speziellen Wissenschaft, also nach dem, was mich eben jetzt am meisten in meiner Wissenschaft interessiert. Aus Ihrer Perspektive, dachte ich, ja. Ich möchte sagen, Gegenwart im weiteren Sinne, also was würden Sie sagen, was ist also wirklich das, was auch nach Ihrer Meinung wirklich etwas Faszinierendes, nicht nur für den Wissenschaftler darstellt, sondern auch eine ungeheure Auswirkung hat, vielleicht einfach in der Veränderung des Weltbildes für den Herrn Jedermann. Ja, wenn ich mich auf meinen Bereich beschränken darf, dann hat mich in den letzten zehn Jahren am meisten beschäftigt die Welt der Elementarteilchen, die immer weiter und weiter teilt, und man kann ja sagen, die Atomphysik der letzten 50 Jahre ist ja immer diesen Weg gegangen. Zunächst haben die Chemiker eben gewisse chemische Gebilde als Atome bezeichnet, weil die von...